Die Südpol-Show. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Hallo, es sind die Reporter von der Südpol-Show auf 92,4. Könntest du dich kurz mit deinem Namen und deiner Rolle im Film vorstellen? Mein Name ist Wiegald Boning und ich spreche Manni. Manni ist der Assistent, der Auszubildende von Vampirjäger Geiermeier. Wie würdest du deine Rolle in drei Wörtern beschreiben? In drei Wörtern? Erst schüchtern, dann emanzipiert. Das sind vier Wörter gewesen. Mist, hat es zu viel. Wie bist du dazu gekommen, Synchronstimme für einen Vampirfilm zu werden? Ich wurde vom Produzenten gefragt. Ich glaube, er nahm an, dass ich die Bücher kenne. Da hatte er Glück mit der Annahme. Und zwar bin ich etwas zu alt für die Bücher. Als ich Kind war, da gab es den kleinen Vampir noch gar nicht. Aber ich habe eine jüngere Schwester. Die hat diese Bücher alle durchgelesen. Und dadurch war ich genau im Thema. Wusste, worum es geht. Und als ich hörte, was Manni so für jemand ist, der am Anfang ganz schüchtern alles macht, was sein Chef von ihm will, und er gar nicht erkennt, dass er dem Bösen dient sozusagen. Das erkennt im Laufe des Films. Und am Ende jemand völlig anderes ist, der seine eigene Meinung vertritt, selbstbewusst. Das fand ich so toll, da habe ich gleich gesagt, da mache ich mit. Manni ist ja ein Mensch, der eher eine kleine Rolle hat. Hättest du lieber für einen Vampir als für eine große Rolle vorgesprochen? Um Vampir hätte ich auch gern gesprochen, ja. Aber das ist wie beim Fußball, nicht? Ich spiele, wo der Trainer mich hinstellt. Und Manni ist auch ein sehr dankbarer Charakter. Also jemand, der erst das eine ist, dann das andere. Da muss man ja die Charakterwandlung, also die Veränderung, die er hat, das muss man ja irgendwie verständlich machen. Das ist sehr spannend. Wärst du selbst gerne ein Vampir? Ach, es wäre interessant, nicht sterben zu müssen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das verdammt langweilig ist nach einigen hundert Jahren. Und dass sich vieles dann wiederholt. Und ich habe über dieses Thema jetzt durch den Film längere Zeit nachgedacht. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man nach, sagen wir mal, hundert Jahren stirbt. Dann wiederholt sich nicht so viel und die Sache wird nicht ganz so öde. Manni ist der super Erfinder. Ohne den Geiermeier wäre er aufgeschmissen. Wolltest du als Kind auch Erfinder werden? Oder was war dein Traumberuf? Wissenschaftler war mein Traumberuf als Kind. Ich bin es auf gewisse Weise auch geworden, dadurch, dass ich immer im Fernsehen Sachen ausprobieren darf und nicht nachmachen. Das sind ja auch so Experimente, die wir gemacht haben. Aber ich begegne manchmal echten Wissenschaftlern und bin dann immer ganz neidisch auf deren Berufe. Was war deine Lieblingsszene beim Einsprechen? Er, also beim Lagerfeuer abends, er möchte mit seinem Chef über seine Kindheit sprechen. Der Chef will schlafen. Sag mal, jetzt halt doch endlich die Klappe, ich will schlafen. Und er fängt immer wieder an mit dem Thema. Und das hat besonders viel Spaß gemacht, das zu sprechen. Und Fallschirmsprung. Während des Fallschirmsprungs, so eine Action-Szene, man fällt und gleichzeitig unterhält man sich. Also was jetzt im wirklichen Leben schwer zu machen ist. Also da erlebt man etwas in der Sprecherkabine, was man als Mensch so kaum jemals erlebt. Das ist natürlich auch toll. So schlimm wie in diesem Film ist mir das Gott sei Dank nie passiert. So ein bisschen ausgenutzt werden wir, glaube ich, alle immer mal, mehr oder weniger. Aber ich eher weniger. Bin schon ausgenutzt worden, aber nicht der Redewerk. Warum ist deine Rolle als Manni sehr wichtig im Film? Gute Frage. Im Buch gibt es diese Rolle ja gar nicht. Die ist also für den Film hinzugefügt worden. Und ich glaube, dass der Film durch Manni auch spannender wird, weil da noch so ein ganz anderes Element dabei ist. Aber ganz ehrlich glaube ich, dass der Film auch ohne Manni funktionieren würde. Also auch der Geiermeier könnte ja zum Beispiel auch so eine Wandlung durchmachen. Macht er aber nicht. Also dadurch ist der Böse vielleicht, der bleibt der Böse. Und die Unterhaltsamkeit durch die Veränderung eines Charakters, die übernimmt dann Manni sozusagen, diese Aufgabe. Aber das ist immer so eine Frage. Was braucht man überhaupt, um eine Geschichte zu erzählen? Man kann jetzt auch das Märchen von Frau Holle, das kann man wahrscheinlich auch in fünf Sätzen erzählen. Welche Rolle magst du am liebsten und warum? Ich finde, oh, dieses ältere Ehepaar, die Schwäbisch sprechen in dem Film. Die finde ich sehr, sehr gut. Die finde ich sehr lustig, weil Schwäbisch ist ja auch ein sehr lustiger Dialekt. Ich mag aber die fliegende Kuh auch sehr gerne. Ich glaube, das sind meine Lieblingscharaktere in dem Film. Ich wäre auch gerne eine fliegende Kuh. Denkst du, es wird einen zweiten Teil geben? Bei erfolgreichen Filmen wird ja gerne mal ein zweiter Teil angefertigt. Ich hätte nichts dagegen, sagen wir mal so. Das würde ja schon heißen, dass viele Leute sich diesen Film angeguckt haben und ihn gut fanden und weiterempfohlen haben. Also von daher wäre ich da ganz offen. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man als Synchronsprecher haben muss? Beim Synchronsprechen ist ja das A und O erstmal, dass es synchron ist. Also, dass der Satz, den du jetzt sprichst, auf die Lippen der animierten, der gezeichneten Figur passen. Da braucht man so ein bisschen Timing-Gefühl für. Also, dass man selber eine Ahnung davon hat, wie lang der Satz jetzt ist, den man sprechen will. Das muss ja passen. Also, wenn man jetzt gar kein Timing-Gefühl hat, dann ist man in dem Job nicht ganz richtig. Ist es schon mal passiert, dass es beim Synchronisieren Nebengeräusche gab? Also, dass dein Bauch geknurrt hat und die Szene nochmal drin ist? Ja, Gott sei Dank. Pünktlich um halb eins beginnt mein Bauch zu knurren. Und das ist sehr praktisch, weil ich esse ja sehr gerne auch Mittag. Und es kann dann gar nicht weitergearbeitet werden, ohne dass ich dann auch so gegen 13 Uhr spätestens was zu essen kriege. Das ist gut, wenn es das Magenknurren nicht gäbe. Dann könnte ein Regisseur auf die Idee kommen, dass er sagt, naja, wir arbeiten jetzt einfach durch. So wichtig ist das Essen ja auch nicht. Da das aber mit mir gar nicht geht, weil das Magenknurren lauter ist als das, was ich so sage, muss eine Pause eingelegt werden. Und das kennt ihr aus der Schule. Am schönsten sind... Nee, das kann man gar nicht sagen. Nein, nee, das nehme ich zurück. Pausen sind auch sehr schön. Synchronisieren ist eine super Sache. Aber zwischendurch muss man auch mal eine Pause machen. Was machst du, wenn du dich beim Synchronisieren ständig versprichst? Das sollte nicht passieren. Also wenn sowas... Wenn das mal passiert, dann könnte es auch sein, dass ich unterzuckert bin, dann muss ich wohl was essen. Damit sind wir wieder beim Mittagessen angekommen. Kennst du noch eine Stelle aus dem Film auswendig? Nee, leider nicht. Das muss ich nochmal ändern. Da muss ich mir noch was draufschärfen für die nächsten Interviews. Aber ich kenne jetzt... Nee, das ist leider so, man hat da doch den ganzen Film zu vertonen an einem Tag. Und das geht dann... Also ich vergesse dann immer schnell das, was ich eingesprochen habe und wende mich sofort dem Nächsten zu. Aber eine gute Anregung. Da kann ich mir immer was draufschärfen. Schauen sich deine Kinder all deine Filme und Fernsehauftritte an? Und finden sie es immer gut, was du machst? Nein. Nein. Meine... Ich habe zwei Söhne, Zwillinge, die sind aber jetzt schon 19. Studieren. Die können mit großen Teilen dessen, was ich so im Fernsehen gemacht habe, überhaupt nichts anfangen. Die kennen das auch nicht alles. Die gucken das auch nicht. Haben einfach andere Interessen. Hast du deinen Kindern als die Kleinen auch schon das Buch Der kleine Vampir vorgelesen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Der kleine Vampir gehörte da nicht dazu. Im Film fliegt Manja mit Geilmager in einem riesigen Flugzeug. Erinnerst du dich noch daran, als du das erste Mal geflogen bist? Ja, da war ich, also das erste Mal, dass ich mich daran erinnere, das war, da war ich acht Jahre alt und flog mit meinen Eltern nach Mallorca. Und da gab es noch so Erfrischungstücher, die kriegte man von der Stewardess gereicht und neulich habe ich mal Kölnisch Wasser im Kaufhaus ausprobiert, immer so eingesprüht. Und das war ein ganz überraschender Moment, weil ich diesen Geruch genau kannte, nämlich von diesem ersten Flug nach Mallorca im Jahr 1975. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Also so tief frisst sich ein billiges Parfum in das Gedächtnis ein, dass man sich dann, äh, 35, 42 Jahre später sofort an den Geruch erinnern kann. Spannend. Würdest du gerne fliegen können oder hast du etwa Flugarm? Nein, ich fliege erstens gerne und ich träume einmal im Jahr mindestens davon, dass ich aus eigener Kraft fliege. Das ist immer ganz toll, das sind so die schönsten Träume, die ich kenne. Träumt ihr das auch manchmal? Ja. Ja, oder? Also dass man einfach so schwebt und dann schwebt man wie so ein Segelflugzeug über der Welt und wenn man dann aufwacht, bevor man abstürzt, wenn man Glück hat, dann freut man sich. Also ich freue mich dann, dass ich so einen tollen Traum gehabt habe, liege ich noch länger im Bett und genieße das. Wenn du dir noch eine Zehnempel wünschen dürftest, was würde passieren? Ich würde ja gerne wissen, wie das dann weitergeht. Also wenn man zum 300. Mal seinen 13. Geburtstag feiert, wie verläuft denn das denn so beim 1000. Mal oder beim 1500. Mal, ist das immer der 13. Geburtstag? Das muss ja unglaublich langweilig werden, oder? Also so ein Vampir ist ja kein schönes Leben, glaube ich. Also gerade wenn man älter wird als Vampir, so 3000 Jahre alt und immer wieder 13. Geburtstag feiert. Das ist so, das würde ich dann gerne nach dem Abspann nochmal kurz sehen, 1000 Jahre später. Du bist Synchronsprecher, Moderator und machst auch Musik. Was macht dir am meisten Spaß? Also jeden Tag Synchronsprechen, dann wird das schon sehr Arbeit. Aber wenn man das so wie ich macht, bei guten Filmen, schöne Rollen sprechen, dann ist das ein Privileg. Das ist schon eine tolle Sache. Musizieren kann ich jeden Tag, mache ich auch jeden Tag. Das geht. Und was war das Dritte? Moderieren. Da hängt das sehr stark auch davon ab, was das für eine Sendung ist. Also ich bin jetzt ja auch nicht so der klassische Moderator, der alles Mögliche moderiert. Weil wenn das eine originelle Sendung ist, mit einer abgefahrenen, merkwürdigen Idee, dann finde ich das gut. Dann bin ich gerne Moderator. Du hast für deinen Beruf schon Preise wie den Deutschen Fernsehpreis oder Grimmie gemacht? Den Grimme-Preis, ja. Den Grimmie nicht. Obwohl den Grimmie finde ich auch nicht. Danke für die Anregung. Das ist eine gute Idee. Einen neuen Preis in Deutschland für musikbegeisterte Fernsehschaffende. Wie bist du zu deinem Beruf als Moderator gekommen? Durch Zufall. Ich wollte eigentlich Musiker werden. Mit 15 habe ich das für mich schon so entschieden und auch immer Konzerte gemacht und so. Dann habe ich aber ein zweites Standbein gebraucht, weil ich von Musik mit ungefähr 20 nicht mehr genügend Geld habe verdienen können. Und dann lernte ich einen Fernsehregisseur kennen, der bereitete seinen ersten Kinofilm vor und fragte, ob ich Lust habe, da mitzuspielen. Und da habe ich einfach Ja gesagt, auch weil ich einfach das Geld brauchte für die Miete. Und daraus hat sich das dann so entwickelt. Der machte als nächstes dann nach dem Kinofilm einen Dokumentarfilm fürs Fernsehen. Da interviewte ich Leute und das mache ich bis heute auch sehr gern. Ich war jeden Sommer für zehn Tage ins Zeltlager. Du hast neun Monate im Zeltlager an den verschiedensten Orten geschlafen. Wie bist du auf so eine verrückte Idee gekommen? Das war im Sommer vor zwei Jahren, war es sehr, sehr heiß ein paar Tage und ich konnte im Schlafzimmer einfach nicht einschlafen. Und da dachte ich mir, dann gehst du runter zur Isar. Die Isar ist kühles Wasser und da kannst du dich ans Ufer legen und dann schläfst du besser ein. Und dann fand ich aber was ganz Tolles. Nicht nur einen Platz am Ufer, sondern da war so eine Kiesbank im Fluss. Eine Insel und auf der Insel habe ich dann übernachtet. Und das hat mir schon nach drei Tagen so viel Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe, musst ja gar nicht mehr ins Schlafzimmer zurück, bleib doch einfach hier. Und daraus sind dann 204 Tage geworden. Und wo hast du zum Beispiel alles übernachtet? Also auf diversen Campingplätzen auch, aber auch unter Gipfelkreuzen, auf Bergen in den Alpen, auf den Shetland-Inseln, ganz im Norden, in der Nordsee, also wo es nur Shetland-Ponys gab und ich im Zelt, das war auch prima. Oder im Weserstadion, Fußballstadion, im Mittelkreis, Hamburger Hafen, an ganz verschiedenen Orten. Oft Verkehrsinseln, auch wenn ich aufgetreten bin, direkt am Bühneneingang draußen, Fernsehstudios, ach, bumm, alles Mögliche. Würdest du auch auf einem Friedhof oder in einer Vampirkruft übernachten? Ja, Friedhof hätte ich auch Lust zu. Das wäre bestimmt mal ganz spannend. Friedhof hatte ich auch vor, das hat sich nie ergeben. Genauso wie im Zoo würde ich auch gerne mal übernachten. Zelt aufstellen im Gehege. Das Tier muss man sich dann mal genauer überlegen, welches Tier geeignet wäre. Könntest du zum Schluss unsere Hörer der Süpe Show 92,4 mit deinem Namen und deiner Filmrolle grüßen? Ja, mein Name ist Wiegald Boning und in Der kleine Vampir spiele ich Manni. Und ihr seht die Südpol Show 92,4. Schönen Tag. Ach ja, wünschst du dir noch eine Musik oder was wir spielen sollen? Ja, kennt ihr Elvis Presley? Ja, dann wünsche ich mir jetzt etwas von Elvis Presley, und zwar Hound Dog. Danke für die letzte Zeit. Ciao, euer Typ. MPG. WUNTER Ey